wobei der ja oben noch ein krass kristallschwert so wobei der ja oben in seinen großen kammer fest sitzt so der raum ist jetzt alle einigermaßen gesäubert bis auf die fuzzis beim eingang jetzt holen wir uns die truhe und zwar für die tour gibt es einen einfachen trick auch wenn das schon fast ein bisschen schieden ist um die dumm die drei so die treppe hier zieht nämlich nicht als fester boden genau machen abflug der wenn wir hier einfach versuchen das über die treppe zu machen fallen wir den tod und sind hier das ist nicht so gesund deswegen gibt es einen einfachen trick wir bleiben einfach zehn sekunden hier stehen dann laufen wir hochdrehen die treppe beenden das spiel laden das neue und starten genau an dieser position wieder nur dass die treppe halt in die andere richtung steht und wir einfach auf das regal runter springen können also zähle ich die sekunden und dann sehen wir uns gleich wieder so treppe drehen und wenn sie gedreht ist das spiel beenden so und da sind wir wieder und wie man sehen kann ist die treppe jetzt weg wir können uns einfach auf das regal da unten fallen lassen zu diesem zweck wieder auf die sturzkontrolle vertrauen sicher ist sicher und dann einfach ja einfach sterben gut das war nichts jetzt muss ich die beiden schlangen menschen loswerden die hinter mir gleich hoch kommen genau machen abflug ich will die keiner lieb haben so das heißt noch mal die ganzen channel da töten so erst einmal den um der in die ecke würde er kommen so genau du so dann halten wir uns mal kurz mit dem flakon äh hallo genau dich da oben wow und diesmal triffst du mich auch noch ouch ja und ich sehe dich nicht das heißt ich schieße gerade wahrscheinlich ja doch ich kann dich treffen von hier aus stirb einfach stirb einfach ah jetzt sehe ich dich einen schritt näher ran und ich kann dich viel besser sehen so stirb noch ein pfeil na gut okay jetzt der hier um die ecke so hast du hier hinten einen nein hier hinten war niemand da müssen wir jetzt erst einmal unsere seelen wiederholen ich hätte aber gerne den hier hinterm in meinem genick nicht mehr so so dann stürmen wir auf den da los au so wow und uns beballert einer von hinten ach so der gleich hier findest du das nett ich nicht so gut drehen wir die ganze schoße wieder rum schnappen uns unsere seelen wieder ach so das war der buchschütze von hier oben auch gut so drehen wieder rum wir müssen nämlich das ganze jetzt nochmal probieren diesmal jedoch richtig diesmal nicht so zaghaft von der brüstung runter so dazu müssen wir wieder ein stockwerk tiefer wieder den raum clear das war dich weg dann dich weg da kommt noch einer so so von hinten werden wir nicht angeschossen gut der aufzug ist unten also können wir einfach auf die andere seite rüber rennen den schützen ausschalten den schützen ausschalten den ausschalten von hinten hier aufräumen au immer wieder was mit looten so weg mit dir ein gerades kristallschwert so noch eine trinken ich hoffe man nämlich dass es dieses mal klappt eigentlich müsste es klappen so dich weg gut weg mit dem channel da gut raum ist gesäubert wir haben viel zu viele seelen mittlerweile so wieder hier hoch die treppen drehen ja ich könnte die ganze seelen beim feuerband schreiben mal ausgeben dann um meine pyromantieflamme auf c zu bringen weil dann taucht in der schandstadt noch jemand auf dem ich bis jetzt auch noch nie begegnet bin weil ich pyromantini so benutzt habe so aber jetzt versuchen wir erstmal wieder an die truhe ranzukommen also bis gleich treppe drehen so und dann sind wir wieder bei dem regal so dieses mal richtig einfach genau runter so truhe öffnen und die evelyn rausholen ja dazu haben wir das ganze hier gemacht so gut und jetzt machen wir uns ganz ganz schnell dünn so das ist auch das letzte mal dass wir hier die sturzkontrolle brauchen also kann ich wieder auf den talisman wechseln so dann geht es die treppe runter den da erledigen beziehungsweise die da erledigen wow gut und dann rennen wir hier einfach durch zum leuchtfeuer so dass ich jetzt nicht nur entzünde sondern auch gleich ein fache die von mir mal menschlichkeit ja benutzen wir einfach gleich eine doppel menschlichkeit so aus höhlung umkehren auf heilung wieder wechseln so entfachen so noch mal entfachen so und dann ist es mal entfachen gut teleportieren feuerbahn schreien ah abbrechen bodenlose kiste ausrüstung waffenzeug die gar kein gewicht hat übrigens merke ich jetzt zum ersten mal feuerbahn schreien gut erster schritt flakon verstärken das ist jetzt das letzte mal dass wir das können so sie hat uns nichts neues zu sagen das heißt wir können jetzt die pyromantieflamme mal ordentlich upgraden also ausrüstung umwandeln pyromantieflamme wir müssen sie mindestens auf 10 bringen so dann bringe ich sie mal hoch genug so neun und zehn danke und sie am besten naja okay im inventar brauchen wir sie jetzt noch nicht behalten noch wollen wir ja nicht runter und ich will auch mal aussortieren also wieder zeug in die bodenlose kiste packen die maiz sachen hier zum beispiel die rupe des channelers gibt es sonst noch was das ist unser zeug na symbol der gier das werden wir wahrscheinlich auch nicht so schnell brauchen so haben wir hier schild mäßig haben wir wieder ein kadekus schild bekommen oder haben wir überhaupt eins mal bekommen toroluntal ist mein schildlaterne die pyromantieflamme können wir mal wegpacken die evelyn die geliebte mehrfacharmbrust des waffenschmiedes eiders die fein gearbeitet waffe gleicht eher einem kunstwerke als einer waffe der ausgetüftelte mechanismus erlaubt es durch drei gleichzeitig abgefeuerte bolzen schweren schaden die einzelnen bolzen fügen allerdings weniger schaden zu also als eine normale schwere armbrust sieht allerdings cool aus das ding so kristallschwerter haben wir glaube ich noch dumm dumm also einmal das feicher und das kann weg habe ich das claymore schon weggepackt nein das kann also auch mal weg flammenschwert gerades kristallschwert ein untoter führte diese gerade halb in kristallgetaus führte dieses gerade jetzt ist die gesamte klinge kristallisiert das verstärkt den antrieb macht die klinge aber brüchig lange kann das schwert nicht verwendet werden denn es lässt sich nicht reparieren ja es hat nur 60 haltbarkeit und lässt sich nicht reparieren das ist der nachteil bei diesen waffen so also teleportieren wir uns wieder in das archiv des herzugs denn jetzt geht es in den kristallwald dahinter gut also wieder durch die geheimtür die wir geöffnet haben wir haben nämlich übrigens das bücherregal beiseite geschoben und noch mal kurz um diese ecke blicken weil hier ist jetzt logan kumpel also wir können bei ihm neue sachen kaufen und zwar einmal kristallseelen speer und die kristall zauberwaffe und die kristallseelen masse also ja er hat einfach seine seelen magie bin genommen und hat kristallen kristalle hinzugefügt also nichts was wir brauchen ああ der secret of seelen immortality if you afford him and we're in prison you must know that seelen is a true undead different from ourselves his wounds close promptly and no mortal blow affecting granting true insubation from death his wounds close promptly and no mortal blow affecting granting true insubation from death Es ist ein Effekt von Primordialen Kristallnäuten. Ein schäferes Schäfer, der von Sint, wenn er auf die älteste Träger gelegt hat. So nur durch die Primordialen Kristallnäuten kann man so viel schrauben. Und so passiert. Die Primordialen Kristallnäuten ist in der inneren Garten dieser sehr Arten. Die Kristallnäuten. Okay, danke. Sehr gut.